Ich kenne keinen, der es hasst, seine eigenen Tomaten im eigenen Garten anzubauen. Sei es im Freiland, Gewächshaus oder in den größeren Kübeln. Jeder freut sich, seine schmackhaften Tomaten im Sommer genießen zu können. Nach monatelanger Arbeit der süß-schmackhafte Erfolg, der um einiges besser ist als die Wasserballons im Supermarkt. Damit auch du erfolgreich das beliebteste Gemüse in deinem Garten anbauen kannst, werdet ihr jetzt hier alle wichtigen Informationen zum Tomatenanbau erklären. Punkt Nummer 1, das Saatgut. Das Saatgut von Tomaten hat eine sehr lange Haltbarkeitszeit, gut 10 Jahre. Kann auch um einiges länger sein, habt ihr auch mal gerne kennengelernt, die Tomatensamen von 30, 40, 50 Jahren hatten und die auch wunderbar gekeimt sind. Punkt Nummer 2, die verschiedenen Tomatenarten. Bevor du die Tomatensamen einfach in die Erde reingibst, ist es erstmal wichtig, die verschiedenen Tomatenarten zu kennen, weil die ein unterschiedliches Wachstum oder auch zum Teil unterschiedliche Bedürfnisse haben, damit sie einen optimalen Ertrag geben. Am häufigsten anzutreffenden Tomatenart sind die unbegrenzt wachsenden Tomaten. Wie der Name schon sagt, wachsen die unbegrenzt. Und da würde es keinen Stopp geben, außer bei uns jetzt hier in der Klimazone der Frost. Aber sonst würden die Tomaten einfach fröhlich weiter wachsen. Und wenn man es so wie ich macht, zum Beispiel eintriebig kultiviert und einen Tomatenhaken hochleitet, dann können auch mal Pflanzen 5, 6, 7, 8 Meter groß werden. Keine Sorge, du brauchst jetzt kein Gebäude, was 8 Meter hoch ist. Du lässt einfach die Tomaten auf dem Boden entlang schlängern. Du kannst auch den klassischen Weg wählen und für sie Tomatenspiralen bereitstellen. Es hat einmal die Gefahr, dass sie abbrechen können. Und die Tomatenspiralen gibt es welche, die sind 1,80 bis 2 Meter groß. Danach hat die Tomate weniger Heiter und wird sie dann wahrscheinlich nach unten abhängen. Und zu den unbegrenzt wachsenden Tomaten gibt es viele verschiedene Farben und Formen. Also Fleisch-Tomaten, Ochsenherzen, Suppentomaten, so wie die San Manzana-Cocktail-Tomaten. Und das auch in den vielen verschiedenen Farben und Variationen. Zu den begrenzt wachsenden Tomatensorten gehören klassisch unter anderem die Balkontomaten oder die sogenannten Draft-Sorten. Das sind halt solche Sorten, die nur eine bestimmte Größe erreichen. Zum Beispiel nur 1,50 Meter. Es gibt auch welche, die erreichen dann nur 50 Zentimeter von der Höhe her. Und diese Balkontomaten auch unter anderem sind dafür gezüchtet worden, ohne einen Tomatenhaken oder Ranggerüst wachsen zu lassen. Sondern wenn man jetzt nur einen Balkon zur Verfügung hat oder weniger Platz. Bei den unbegrenzt wachsenden Tomaten ist es halt so, dass man hier alle Triebe dran lassen sollte. Und hier nichts von den Seitentrieben entfernen sollte, weil die halt an einem bestimmten Höhe Schluss machen. Dann ist halt da die Ernte vorbei. Die sind halt auch dafür, für diese gewisse Zeit recht produktiv. Im Vergleich zu manchen unbegrenzt wachsenden Tomatensorten. Die Wildtomaten sind eine Tomatenart, die auch ohne Probleme im Freiland angebaut werden können. Der Grund hierfür dann, wenn wir ein bisschen über die Krankheiten von Tomaten sprechen. Die sind halt sehr robust, stabil und auch wuchsfreudig. Tragen auch sehr viele Früchte, die allerdings sehr klein sind, wo halt dann der Ernteaufwand sehr umständlich ist. Und so eine Mischung aus unbegrenzt wachsenden Tomatenarten und der Wildtomate gibt es auch. Die nennt man die Multiflora Tomaten. Die halt dann auch wie eine unbegrenzt wachsende Tomatensorte angebaut werden können. Die aber auch massiv Blüten haben, wo man auch sehr viel ernten kann. Die nach meiner Erfahrung auch ein bisschen größere Mumelchen, Tomatenkugeln haben. So eine Multiflora Tomat, die ich einmal angebaut habe, habe ich es dann auch sein gelassen, weil er doch sehr buschig auch werden kann und die ganzen Blüten und alles sehr viel Zeit zum Ernten drauf geht. Und für mich sich das dann weniger gelohnt hat. Diese einzigartige, besondere Art möchte ich euch nicht vorenthalten. Und zwar die Kreuzung von Tomate und Kartoffel. Oben Tomate, unten Kartoffel. Was soll man da noch dazu sagen? Am besten du schaust die Sortenbeschreibung im Internet oder auf deinem Saatgut-Tütchen an. Und danach stehen die ganzen Informationen drin, um welche Tomaten hat es sich handelt, welche Präferenzen auch die Sorte hat und welche Vorteile sie auch mit sich bringt. Da steht auch unter anderem drin, wann der optimale Zeitpunkt für die Aussaat ist. Da wird dann meistens so Mitte März im geschützten Raum empfohlen oder zum Beispiel im Haus vorgezogen. Damit du halt hier auch an der Südseite von dem Fenster ohne Kunstlicht vorziehen kannst. Es gibt auch Leute, die fangen auch schon im Januar oder auch im Februar an, wie ich es zum Beispiel mache. Da ist dann zu empfehlen, dass du sie dann mit Kunstlicht kultivierst, damit sie hier nicht vergeilen. Einen langen, dünnen Wuchs bekommen, weil sie nach Licht suchen und deshalb dann schwach werden. Punkt Nummer 3, die Anzuchterde. Als Anzuchterde nehme ich meine eigene Komposterde, die mit Pflanzenkohle angereichert ist, weil hier dann die Nährstoffe für die Pflanzen so verfügbar sind, dass sie sich nach und nach rausnehmen kann. Und ich damit schon seit Jahren wunderbare Ergebnisse erzielt habe. Du kannst dir auch natürlich deine Anzuchterde selbst anmischen. Nimm zum Beispiel unter anderem deine eigene Komposterde nimmst, etwas Gartenerde und Sand. Du kannst auch zum Beispiel, wenn du Maulwurfserde zur Verfügung hast, diese nutzen, weil dir der Maulwurf die ganzen Würmer, Larven und auch Fliegen aus der ganzen Erde zum Beispiel fressen, damit diese halt frei von Schädlingen ist. Nehme nun eine Anzuchtschale, gib dort die Erde rein, Samen obendrauf und tue diese leicht mit Erde bedecken und dann schön befeuchten und ein paar Tage warten, bis sie dann keimen. Sollte recht zügig gehen, bei einer Temperatur von gut 20 Grad ist alles super. Wenn sie dann gekeimt sind, kannst du sie vielleicht eventuell etwas kühler stellen, damit sie halt hier einen robusteren Wuchs bekommen. Ungefähr bei 15 Grad, da brauchen die auch etwas weniger Lichter. Deine Tomatenpflanzen wachsen geschmeidig vor sich hin und wenn sie dann das zweite Keimblattpaar haben, dann wird es Zeit, sie zu vereinzeln. Das nennt man pikieren. Du bereitest jetzt für jede deiner Pflanze einen eigenen Topf vor. Du nimmst in diesen Topf deine Erde rein, nimmst einen geschmeidigen Pikierstab oder deinen Finger und bohrst ein tiefes Loch in diese Erde rein. Wo du dann deinen Tomatenkeimling tief reinsetzen kannst, machst du einfach aus dem Grund, dass sich hier Seitenwurzeln am Stiel bilden können und hier deine Tomaten mehr Wurzelmasse bekommen und so schneller und kräftiger heranwachsen. Am besten, du stellst diesen Topf in eine Untersetzerplatte, wo du dann deine Tomatenpflanzen von unten gießen kannst. Deine Tomate lernt so, sich das Wasser von unten zu holen und bildet auch die Wurzeln entsprechend nach unten. So trainierst du sie. Die Tomaten ist eine Wüstenpflanze, das heißt, sie ist ein Tiefwurzler und wenn du sie dann schon so dahingehend trainierst, wirst du dann auch später dann im Freiland bei der Pflege, wenn es dann zum Beispiel zu Dürreperioden kommt, weniger Probleme bekommen, weil sie dann hier die tiefen Wurzeln nach unten bilden möchte und in den tieferen Schiffen nach Wasser schaut. Rotstätte von Traummücken zu vermeiden, die dann an den Pflanzen schaden könnte. Ein Video habe ich auch schon dazu gemacht, den werde ich hier unten in der Videobeschreibung verlinken oder hier beim I. Nächster Punkt, die Abhärtung. Wenn jetzt deine Tomatenpflanze noch nie Sonnenlicht gesehen haben, wie dem einen oder anderen Gamer heutzutage, Dein f***ern Ernst? und nur Kunstlicht gesehen haben, ist es dann sehr wichtig, bevor du sie dann in Freiland raussetzt, dass sie sich erstmal abhärten. Das heißt, sie müssen sich erstmal an der Sonne gewöhnen beziehungsweise auch an die ganzen Umweltverhältnisse, wie zum Beispiel auch der Wind, dass sie sich da anpassen und kräftiger werden. Weil wenn du es zum Beispiel ignorierst und deine Pflanzen sofort raussetzt, dann kann es dann sein, dass deine Tomaten und auch andere Jungpflanzen Sonnenbrand bekommen. Das siehst du dann an die weißen Flecken, an ihren Blättern und das kann dann für erheblichen Schaden und Stress für deine Pflanzen sorgen, die dich dann enorm zurückwerfen können und hier auch deine Voranzucht umsonst machen. Standort und Auspflanzung. Pflanze deine Tomaten für einen sehr guten Antrag, am besten an einem sonnigen Standort, wo du gut 6 bis 8 Sonnenstunden bekommst. Schau zusätzlich an einem Standort, wenn es sich um unbegrenzt wachsende Tomatenarten handelt, dass du denen auch hier eine Ranghilfe zur Verfügung stellst. Entweder mit den Tomatenstäben oder du hast eine Vorrichtung gebaut, dass du auch Tomatenarten nutzen kannst. Und das ist halt die Variante, die ich halt eher bevorzuge. Du hast weniger die Gefahr, dass sie die Tomaten brechen könnten und bei den Tomatenhaken finde ich das Rücken schon da, weil du halt immer die Tomate ableiten kannst und hier immer auf eine schöne Arbeitshöhe die Pflanze halten kannst. Nur nicht über die am Boden liegende Pflanze stolpern. Was ist denn mit Karsten los? Der Boden sollte tiefgründig locker, humus- und nährstoffreich sein. Um diese benötigte Power für deine Pflanzen zu gewährleisten, kannst du auch hier mit organischem Material und Mulchmaterial arbeiten. Laub, Grünschnitt, du kannst bevor der Auspflanzung tiefgründig Bokashi mit einarbeiten, Urgesteinsmehl, etwas Mist, Kompost, alles wunderbar. Und wenn du dann dabei bist, deine Pflanzlöcher zu machen, kannst du dann auch etwas Brennnesselblätter mit reingeben, damit auch hier deine Pflanzen einen optimalen Start dann direkt haben, weil hier das Bodenleben gleich dabei ist, die Brennnesseln umzusetzen und hier Mikroorganismen, Leben und Nährstoffe gleich für deine Pflanze zur Verfügung stellen. Selbstverständlich achte auch auf die Reihenabstände, damit hier deine Pflanzen eine bessere Luftzirkulation haben, du besser pflegen und arbeiten kannst, vor allem sehr wichtig, später dann bei der Ernte und auch hier Krankheiten minimiert werden. Selbstverständlich ist der Reihenabstand sortenabhängig. Es gibt halt Sorten, die haben halt ein bisschen größeres und dichteres Blattwerk. Es gibt auch wieder andere Sorten, die halt ein etwas wenigeres und kleineres Blattwerk haben, beispielsweise die Ivers Sweet White. Und da musst du auch mit einberechnen, ob du eintriebig oder mehrtriebig kultivierst. Wenn du dich dafür entscheidest, an der Tomatenpflanze mehrtriebig zu kultivieren, dann kannst du eigentlich so vorgehen, dass halt jeder Trieb eine eigene Pflanze darstellt und dann halt da ein bisschen gucken, dass da die Abstände optimal passen. Bei Draftsorten kann der Abstand ein bisschen enger sein, so ungefähr 30 cm innerhalb der Reihen. Bei uneingeschränkt wachsenden Tomatenpflanze sind es ungefähr 40 bis 50 cm. Zwischen den Reihen wird ein Abstand von 80 cm bis 1 m empfohlen. Ich halte mich zum Beispiel persönlich nicht dran, habe da hier mein eigenes Maß gefunden. Ich tue das so ungefähr halbieren, so 40 bis 50 cm. Solltest du halt vielleicht mal ein bisschen selbst experimentieren. Der Vorteil von so einem größeren Abstand ist, wie gesagt, die bessere Luftzirkulation. Und du kannst dann auch besser bei den Tomaten arbeiten oder dass du halt vielleicht eine andere Pflanze verletzt und du kannst auch viel besser und leichter ernten. Kommt dann natürlich auch bei dir darauf an, wie viel Platz du zur Verfügung hast und ob du auch das Risiko vielleicht auch eingehen möchtest, dass vielleicht dann deine Pflanzen schneller krank werden, wenn dir halt nicht die optimalen Bedingungen zur Verfügung stehen, wenn es zum Beispiel ein verregneter Sommer ist. Experimentiere für dich selber den perfekten Abstand. Schau auch bei deinem Standort, dass die Tomaten überdacht sind. Die mögen es nicht so gerne, dauerhaft nass zu werden. Da werden sie dann schnell anfällig, werden schwächer und bekommen auch sehr schnell Pilzkrankheiten. Und dann zum Beispiel in so einem Folientunnel oder auch in einem Gewächshaus kannst du dann meistens dieses optimale Klima von trocken, von warm, wie wir es zum Beispiel aus einer Wüste kennen, und da wuchern und gedeiern sie auch sehr gut, wenn auch das nötige Wasser zur Verfügung steht. Da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Und zwar Tomaten sind wärmeliebende Kulturen, die man natürlich erst nach den letzten Frösten raussetzen muss. Das sei es im Gewächshaus oder auch im Freiland. Meistens wird hier der 15. Mai genommen, nach den Eisheiligen. Ich zum Beispiel, weil ich Gewächshäuser zur Verfügung habe und eventuelle Fröste mit Vlies oder auch mit Heizungen abpuffern kann, dass ich dann hier schon Mitte April meine Pflanzen ins Gewächshaus und in einem Folientunnel mit reinsetze. Deshalb fange ich auch schon im Februar mit der Voranzucht an. Also guck einfach, wenn du deine Pflanzen raussetzen möchtest, dass es komplett frostfrei ist. Die Pflege Hast du jetzt viel Sonne, hast du die entsprechende Wärme und auch das nötige Wasser, was die Pflanzen benötigen, dann werden dir deine Tomatenpflanzen explodieren und überwuchern. Sie werden sehr viele Seitentriebe an den Blattachseln bilden. Bei den unbegrenzt wachsenden Tomatenpflanzen, wie zum Beispiel bei den Balkontomaten, lässt du die Seitentriebe einfach stehen, weil die an einem bestimmten Höhe ja Schluss machen und da kannst du dann hier die maximale Ernte bekommen. Bei den unbegrenzt wachsenden Tomatenpflanzen empfiehlt es sich meistens einen Trieb zu nehmen, weil sie dann die größten Früchte unter anderem bilden, weil sie ja nicht mehrere Triebe versorgen müssen, die Pflanze schön übersichtlich bleibt und auch hier die Luft besser zirkulieren kann. Wenn du dich dafür entscheidest, eine Tomate mehrtriebig zu kultivieren, würde ich nicht mehr als drei Seitentriebe nehmen, damit du halt einfach noch die Übersichtlichkeit von deiner Pflanze hast und die auch nicht zu buschig und monströs wird. Die anderen überschüssigen Seiten und Geiztriebe kannst du ganz einfach entfernen. Entweder mit dem Finger abknipsen oder ganz sicher zu gehen mit der Schere, damit du halt hier nicht größere Wunden verursachst. Das kann dir zum Beispiel beim Abknipsen mit der Hand passieren. Wenn du es halt nicht richtig machst, dann kannst du vielleicht ein bisschen von der Haut mit abziehen. Ist eine größere Wunde, ist ein Schaden an der Pflanze, wo sich dann hier auch Pilze ansiedeln können. Am besten, du geizt deine Pflanze am frühen Morgen aus, damit dann auch hier die Wunde von der Sonne abtrocknen kann, über den Tag hinweg. Die entfernten Geiztriebe kannst du jetzt auch in ein Glas Wasser reinstellen, damit sie auch hier wieder neue Wurzeln bilden. Und dann könntest du die auch wieder topfen und dann könntest du eine neue Tomatenpflanze. Jetzt noch ein Sorten-Top-Tipp von mir. Und zwar bei der Ivers Sweet White lohnt es sich wirklich, sogar mehr als drei Triebe zu nutzen, weil ja wenig dichtes Laubwerk bildet und dann auch hier massiv richtig süße Früchte bildet. Und das ist eine wunderbare Cocktailtomate, die auch so sehr viel Ertrag geben kann. Um auch eine bessere Luftzirkulation gewährleisten zu können, entferne auch regelmäßig die Blätter und da gehst du halt immer von unten nach oben voran. Es ist halt auch sehr wichtig, dass halt die Tomatenpflanze, die Blätter keinen Kontakt zum Boden haben, weil es auch hier wieder eine Pforte von Krankheiten sein können und die Blätter am Boden, vor allem wenn du nicht gemulcht hast, dann auch etwas feucht werden können und dann hast du eventuell dann später Probleme, dass deine Pflanze vielleicht geschwächt ist. Entferne einfach diese Blätter. Ich gehe halt immer so vor, dass ich halt jetzt nicht, wie viele andere Gärtner das machen, auch meine Tomatenpflanze verstümmel und dann alle Blätter, bis auch die obersten vier Blätter stehen lasse, sondern immer, ich gehe bis zur ersten Rispe, wo halt die Früchte dranhängen und entferne all diese Blätter bis zu dieser Rispe, wo gerade die Früchte reifen. Ist halt sehr wichtig, die Pflanze braucht ja die Blätter, um Photosynthese zu betreiben. Da generiert sie ihren Zucker und diesen Zucker möchten wir auch unter anderem in den Früchten haben. Falls du eine Tomatensorte hast, die recht lange und große Blätter hat, dann würde ich sie in der Hälfte zum Beispiel halbieren und so stehen lassen. Die Bewässerung. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, der dir sehr viel Arbeit ersparen kann und auch für eine gute Fruchtqualität sorgt. Und zwar die richtige Bewässerung. Wenn gegossen wird, dann macht das richtig und ordentlich und auch hier in regelmäßigen Abständen. Lieber einmal ordentlich gießen, anstatt täglich immer ein bisschen Wasser zu geben. Außer natürlich, du hast eine Topfkultur, ist jetzt hier ein begrenzter Raum, wo deine Pflanze darauf angewiesen ist, dass sie halt Wasser bekommen, weil sonst würde sie dir vertrocknen. Oder du hast eine Tropfbewässerung und sparst dir somit den täglichen Gang mit der Gießkanne zu deiner Tomatenpflanze. Dennoch finde ich bei Tomatenpflanze die Methode des einmal ordentlich Gießen besser. Du hast ja schon eine Tomatenpflanze in der Voranzugt. Und dahingehend trainiert, dass sie auch über längere Phasen ohne Wasser auskommen können. Wie gesagt, die Tomate ist eine Wüstenpflanze. Das heißt, dass deine Tomatenpflanze auch über mehrere Wochen und Monate ohne deines Zutuns der Bewässerung überleben kann, weil sie halt mit ihren tiefen Wurzeln in tiefere Erdschächten runterkommen kann, wenn sie halt da hingehend trainiert ist. Ich zum Beispiel versuche, meine Tomatenpflanze einmal im Monat zu gießen. Es gibt auch mal Phasen, wo es dann mal alle zwei Wochen ist, weil ich halt unter anderem das Wasser zur Verfügung habe, wenn mein Vater unbedingt gießen möchte. Aber wichtig ist hier diese Regelmäßigkeit einzuhalten. Weil wenn du anfängst, unregelmäßig viel auf einmal dann zu gießen, dann kann es dann sein, dass deine reifen Früchte anfangen zu platzen. Und das ist halt ein unschönes Erlebnis, vor allem weil es halt auch hier noch Sorten gibt, die halt eine etwas dünnere Haut haben und die vielleicht dann mehr zum Platzen neigen. Und dann kann es dann sehr schnell passieren, dass sich hier Schimmel bildet oder auch andere Tierchen angelockt werden und dann anfangen, deine Früchte zu fressen. Nach meiner Erfahrung sind die Früchte auch süßer, weil man halt jetzt nicht regelmäßig seine Pflanzen mit Wasser versorgt, weil sie dann irgendwann zu viel Wasser vielleicht hat und auch hier etwas in die Früchte einlagert. Die Bestäubung. Tomaten haben in ihren Blütensäckchen sowohl den männlichen als auch den weiblichen Teil. Eigentlich die Hummel als Wildbiene ist in der Lage, die Tomate zu befruchten, indem sie halt ihren Körper gegen die Blüte drückt und dann hier für die entsprechende Vibration sorgt und dann die Bestäubung erfolgt. Vibration ist das richtige Stichwort, denn das ist die Hauptbestäubung für die Tomaten. Kann man durch den Wind gewährleisten oder wenn du halt selbst Hand anlegst und die Tomate ordentlich schüttelst. Wenn du jetzt nicht unbedingt mit deiner Pflanze tanzen möchtest, kannst du auch hier Haushaltsgeräte nutzen, zum Beispiel eine elektrische Zahnbürste oder etwas anderes, was vibriert. Wenn es dann Richtung September und Oktober geht, kannst du den Haupttrieb abkappen, damit da die Pflanze jetzt nicht mehr so viel Energie ins neue Wachstum steckt, sondern halt die restlichen Früchte, die gerade grün sind, die Pflanze noch reif bekommt, weil in dem Stadium ist dann meist so, wenn dann die Pflanze noch im September, Oktober blüht, wenn dann die Tomaten nicht ordentlich ausreifen können, ist halt eine verschwendete Energie. Schau dann lieber, dass halt die restlichen Früchte, die gerade dran sind, dass die noch ausgereift werden. Dünger. Während du deinen Boden gut vorbereitet hast und organisches Material zum Mulchen nutzt, musst du nicht unbedingt düngen. Wenn es dann zur Düngung kommt, wenn du jetzt dennoch düngen möchtest, wenn du unter anderem deine Küchenreste nimmst, also zum Beispiel Karottenschalen, Reste von deinem Salat, Sachen aus dem Garten, zum Beispiel Mangold, die Reste, die du sowieso nicht essen möchtest, und anstatt sie vielleicht deinen Hühnern zu verfüttern, gibst du sie einfach alle in einen Mixer rein, tust ein bisschen Wasser noch mit reinmixen, tust du dann in einem Sieb durchsieben, damit du halt diese Flüssigkeit hast und damit kannst du dann gut deine Pflanzen begießen. Richtig starke Temperaturen können in einem Folientunnel oder auch in einem Gewächshaus entstehen, beispielsweise in der Hauptsaison in August, da kannst du dann ruhig mal 40 plus werden, das ist ein enormer Stress für die Pflanzen. Da ist es auch wichtig, alle Türen aufzureißen, bei mir im Folientunnel kann ich die Folie an der Seite noch aufmachen, damit ich auch hier eine bessere Durchlüftung habe und viele arbeiten auch hier mit Schattierungsnetze, dass da die Sonne nicht ganz so stark reinknallt, weil auch die Hitze dafür sorgt, dass die Pflanze dann stark unter Stress steht und auch hier die Fruchtbildung einbüßen haben werde, beziehungsweise auch die Bestäubung nicht so richtig funktioniert. Krankheiten Die gefürchtetste Krankheit bei den Tomaten ist die braunen Krautfäule. Die kommt dann in der Regel, wenn es der Tomatenpflanze zu kalt, zu nass und zu feucht wird. Das ist wirklich das Schlimmste an einem verregneten Sommer, wenn dann hier deine Tomaten schon recht früh braunen Fäule bekommen, weil zu Ende der Saison hin wirst du es dann meist eigentlich gar nicht mehr vermeiden können, weil dann die Tage einfach viel zu kühl werden, sich auch dann sehr viel schneller Tau bildet und dann ist das Ende der Zyklus für die Tomate dann am Ende des Gartenjahres bevorsteht. Braunen Fäule erkennst du dann unter anderem, wenn die Blätter dann so anfangen, graue und braune Flecken zu bekommen, die sich dann auch ziemlich stark ausbreiten an den Stiel entlang oder auch dann über andere Pflanzen hinweg. Die Ausbreitung von diesem Pilz kann auch dann rechtzügig passieren und da ist dann sehr wichtig, diese entsprechenden Pflanzenteile auch zu entfernen, damit es sich nicht ganz so schnell ausbreitet, ist beim Stiel halt dann etwas schwieriger. Da reißen dann auch die Leute, wenn es zu stark wird, auch ganze Pflanzen raus und präventiv wird dann auch hier zum Beispiel Natronlauge, Rohmilch oder auch effektive Mikroorganismen genutzt, damit der Pilz sich nicht so schnell ausbreiten kann. Im Bioanbau wird dann auch hier zum Beispiel gerne Kupfer gesprüht. Ich nutze sehr gerne eine Natronlauge, wo ich zwei Esslöffel Natron in Wasser auflöse und dann am Morgen die ganzen Pflanzen besprühe und das mache ich dann auch alle zwei Tage. Bei der Rohmilch oder auch bei den effektiven Mikroorganismen ist das Verhältnis 1 zu 10, da ist ja das Wesentliche die Milchsäurebakterien. Wegen der Braunfolle ist ja diese Luftzirkulation sehr wichtig, deshalb entfernen wir auch überschüssige Blätter und tun auch unsere Pflanzen nicht zu eng beieinander stellen, damit sie auch einerseits genug Platz haben, um ihre Wurzeln besser ausbreiten zu können, damit sie kräftig werden. Meist sind die Pflanzen, die krank werden, halt die Schwächlinge. Deswegen tut der Pilz ja auch diese abbauen. Wenn du jetzt ganze Pflanzen oder Pflanzenteile rausgeschnitten und entfernt hast, wird hier empfohlen, diesen Restmüll zu geben, weil man nicht möchte, dass sich die Sporen weiter ausbreiten. Da ist aber auch so, die Sporen, die verbreiten sich ziemlich schnell auch über die Luft hinweg und ich bin ja der Auffassung bei der Permakultur, dass man halt jetzt Sachen nicht aus seinem natürlichen Kreislauf entfernt, sondern auch hier könnte man zum Beispiel einen separaten Kompost anlegen und auch hier eine Heißrotte machen, damit man hier diesen Pilz deaktiviert. Ich werfe sie auch einfach in ganz normalen Kompost mit rein, tue auch hier Bukashi mit einarbeiten, da wo er dann auch hier die Milchsäurebakterien mitarbeiten, Holzhäcksel mit rein, damit ich auch hier Pilze habe, damit ich hier ein natürliches Gleichgewicht habe und auch deshalb meine Pflanzen kräftig werden und die Krankheit dann so oder so keine Chance hat, weil ich kräftige Pflanzen habe. Das Symptombild der Blütenendfäule habe ich in einem separaten Video besprochen, auch hier unten in der Videobeschreibung oder auch hier beim I. Dauert nicht lange, kannst du dir dann später anschauen. Bei den anderen Pilzkrankheiten der Tomaten kann man eigentlich genauso vorgehen, wie bei der Braun- und Krautfäule. Und auch hier nochmal, wenn eine Pflanze krank wird oder sehr viele Schädlinge vorhanden sind, da gibt es auch einen kleinen Wurm, der unter anderem die Tomatenfrüchte fressen kann, dann hast du meist ein Ungleichgewicht, sei es, dass du ein Ungleichgewicht im Boden hast und deswegen eine schwache Tomatenpflanze hast oder ein Ungleichgewicht in der Mischkultur, dass zum Beispiel diese Raupe die Tomate findet. Super Mischkulturen für die Tomate, damit sie weniger Krankheiten und Schädlinge bekommt, sind unter anderem Basilikum, Seilbei und Knoblauch, die mit ihren ätherischen Ölen gegen Pilzkrankheiten wirken. Kohl und Tomaten sind sowieso eine super Mischkultur, weil der Duft von der Tomate zum Beispiel den Kohlweißling irritiert, aber auch der Duft vom Kohl auch dafür sorgt, dass man vielleicht den, dass die Schädlinge von der Tomate nicht mehr die Tomatenpflanze so wahrnimmt. Die niedrige Targetis, die in Nematoden an sich ranlockt in der Erde. Ringeblumen, die bei Blattläusen helfen, indem sie diese zum Beispiel anziehen. Petersilie, die zum Beispiel Raubinsekten andockt, um die Schädlinge zu beseitigen. Dill, die Tomatenhornwürmer fernhalten und auch hier wieder andere Nützlinge ansiedeln, die hier wieder für ein Gleichgewicht schaffen. Nach der monatelangen Pflege und Arbeit kommen wir jetzt mal zu diesem gerechten Lohn und zwar die wunderbaren Früchte, die wir jetzt endlich ernten dürfen. So, die Rispen der Tomaten haben eine sogenannte Sollbruchstelle, an die Du dann herandrücken kannst und hier sich die Frucht deshalb ganz einfach löst, ohne dass Du jetzt hier stark reißen oder auch zupfen musst und eventuell dann Schäden verursachst. Wahlweise kannst Du auch hier eine Rebschere nutzen und die Früchte geschmeidig abschneiden. Kann auch unter anderem passieren, dass Du dann hier versehentlich die ganze Rispe abreißt oder auch am Stiel noch sehr viele Verletzungen hast. Du Sorten hast, wie zum Beispiel die Ananastomate, die bis zu einem Kilo schwere Früchte bilden kann. Dann lohnt es sich auch hier, Stabilisierungen zu nutzen, damit auch hier die Rispe nicht abbricht und dann hier vielleicht eine Frucht noch auf dem Boden aufklatschen und dann eventuell kaputt geht. Wenn es dann Richtung Herbst und Winter geht und der erste Frost dann bevorsteht und Du jetzt denkst, okay, das war es jetzt für meine Tomaten, da hängen aber noch sehr viele grüne Früchte dran, die kannst Du dann auch alle abernten, bei Dir ins Haus reinstellen, einem Apfel warm lagern und die werden dann halt auch nach und nach nachreifen, schmecken dann nicht ganz so gut, weil auch hier wieder das Chlorophyll mit dem Zucker fehlt und Du solltest vielleicht auch aufpassen, dass Du nicht beschädigte Früchte nachreifen lässt, weil die dann auch schneller anfangen zu schimmeln und das könnte dann auch an der ganzen Kiste übergehen. Das eigene Saatgut nehmen, da appelliere ich an jeden Gärtner, jeder sollte von seinen Tomatensorten die schönsten, besten Früchte raussuchen und auch hier seine eigenen Sorten weiter vermehren, die am besten natürlich samenfest sind. Bei Tomaten ist die Saatguternte recht einfach, das kannst Du währenddessen machen, wenn Du diese wunderbaren Früchte genießt und zwar nimmst Du einfach ein Einmachglas, tust dann hier das Kerngehäuse abschaben mit der glibberigen Masse, tust auch hier Wasser mit einfüllen und lässt es dann lichtgeschützt bei ungefähr 20 bis 25 Grad, also in einem warmen Raum stehen und nach zwei bis drei Tagen, wenn dann die Gärung die Arbeit übernimmt, nimmst einen kleinen Sieb, tust die dann ausspülen und legst sie dann zum Trocknen auf ein Backpapier hin. Dann hast Du dann hier den Vorteil, dass Du hier schön saubere Saatgut hast, wie Du es unter anderem findest, wenn Du es im professionellen Handel zum Beispiel kaufst bei dem Saatguthändler. Auf dem Backpapier lassen sich die Tomatensamen ziemlich leicht abzupfen und vereinzeln und kannst die dann in den Briefumschlag reintun und dann für die nächste Voranzug dann schön strukturieren und einzeln in die Erde mit reingeben. In der Regel bauen wir die Tomate über eine Kulturzeit von gut sechs Monate an. Da gibt es ja immer noch ein Davor und auch ein Danach, wo wir hier noch Sachen und Ernte aus unserem Garten rausholen können. Gute Vorkulturen, viele Tomate sind zum Beispiel Kohlrabi, Radieschen und Erbsen, Salat und als Nachkultur kannst Du hier auch zum Beispiel Treibhaussalate nutzen, Spinat, Feldsalat, auch wieder ein Kohlrabi, Rucola oder auch hier wieder Erbsen. Bei den Tomaten ist es auch so, sie wachsen sehr gerne in ihrem eigenen Sud. Das heißt, Du kannst einfach die Pflanze klein schneiden, auf die Stelle einfach liegen lassen. Du kannst auch im nächsten Jahr dann wieder hier Tomaten einpflanzen. Mache ich schon seit gut fünf bis sechs, sieben Jahre, denke ich. Tue auch hier immer wieder organisches Material mit rein und den Kreislauf schließen. Habe überhaupt keine Probleme aufgrund der Fruchtfolge, dass sich hier irgendwelche Krankheiten und Schädlinge dann irgendwie auf meine Tomaten dann im kommenden Jahr übergreifen und hier meine ganze Ernte kaputt machen. Das war es auch schon mit diesem langen Vortrag. Nach meiner Ansicht nach sind das die wesentlichen Informationen, die man benötigt, wenn man seine Tomaten erfolgreich anbauen möchte. Ist eine recht anspruchslose Kultur und die Pflanzen, die wollen wirklich wachsen. Also hier noch zwei Anekdoten. Es ist mal passiert, dass die Pflanzen mal bei 60 Grad ausgesetzt waren, weil ich den ganzen Tunnel versehentlich zugemacht habe und die Seiten runtergerutscht sind und dann war es dann richtig heiß. Und dann gab es eine Pflanze, die ist komplett abgetrocknet, bis oben und Zipfel, ein kleiner grüner Fleck noch da war und aus diesem Trieb ist die Pflanze nochmal rausgekommen. Hat zwar zwei Wochen Rückstand dennoch mit der Ernte gehabt, aber die hat es überlebt. Auf der anderen Seite hatte ich mal eine Situation, wo starke Fröste gekommen sind und auch dort Pflanzen dann attackiert worden sind vom Frost und es auch da eine Pflanze gibt, wo ich dachte, die wäre komplett abgefroren, aber die dann noch trotzdem von unten rausgetrieben ist und dann auch hier gut gewachsen ist, aber auch hier wieder mit einem erheblichen Rückstand. Sofern dir dieses Video einen Mehrwert gegeben hat und dir gefallen hat, freue mich gerne über einen Daumen nach oben. Du kannst auch hier jetzt hier noch weitere spannende Videos zum Thema Permakultur oder auch vielleicht Gesundheit wird dir vorgeschlagen anschauen. Und sonst bedanke ich mich vielmals, dass du eingeschalten hast und wünsche dir viel Erfolg bei dir in der kommenden Gartensaison. Viele schmackhafte Tomaten!